Nein! Nein kann ich nicht! Ich hab dir schon hundertmal gesagt, ich kann mich nicht um jedes Detail kümmern. Wieso macht das nicht der Huber? Wieso Brandschutz auch? Bitte kümmerst dich da du drum! Vergiss den Huber! Ja den auch! Beide Hubers, ma wurscht! Und wieso sind wir aus der Ausschreibung draußen? Ja und wer zaubert mir die jetzt her, diese ISO 14001? Was für Revies? Wieso Baumusterprüfung? Egal, du ich kann jetzt nicht telefonieren, ich ruf dich zurück! Oh Gott! Diesen ganzen Sicherheitssachen! Wie macht ihr das, da wirst du ja narrisch! Nein wieso, bei uns macht das alles der TÜV Austria! Aha und was geht? Oh Gottes, wenn jetzt mich zieht der Huber wieder ein! Entschuldige, ich bin gleich bei dir! Nein, kein Stress! Ja geh geh mir sofort den Huber bitte! Nein den anderen Huber! Nein den anderen Huber! Nein den anderen Huber!